Du kannst oft nach den Spiegel schauen und sagen, okay, passt, ich habe heute was Gutes getan. Ich bin die Lisi, ich bin Volkssozialbetreuer Altenarbeit bei der Caritas in St. Anna im Linz. In meinem Job ist es so, dass wir unterstützen im Alltag, dass wir Spaß haben mit ihnen und dass wir am Abend zufrieden ins Bett gehen und auf einen schönen Tag zurückdenken können. Ich begleite ältere Menschen, weil es einer von den schönsten Berufen ist und weil man extrem viel zurückkriegt. Und wenn sie dann ein Lächeln auf die Lippen haben, das ist halt voll schön. Ich bin die Caritas und du? Ich bin die Caritas und du?